Beteiligungs-Positionen Beteiligungs-Positionen Okay Da war, glaube ich, noch einer Ah, die Musik sagt was anderes So ruhig, ja? Hier hat man gesehen, wie da gespawnt ist Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen Also zumindest habe ich das jetzt so das erste Mal gesehen in diesem Gebiet Das ist doch auch gerade gespawnt, ja? Okay, da warten wir nochmal Aber wie gesagt, ich finde das geil, wie wir uns hier links neben der Luft anzeigen Also dieses Herz Ähm Schlägt, also hier Im Zielmodus Achso Ah, ich drücke jetzt Papierhecken Ja, wahrscheinlich war ich jetzt schon mal guter Okay, das geht jetzt, äh Es liegt noch nicht in der Luft Ne, ich dachte, wir würden jetzt kicken kurz Okay Okay Ich glaube, der Bumpe dürfte jetzt erstmal safe sein, zumindest bis jetzt, äh Hä, was? Achso, Luca Achso, die Waffe Ich habe irgendwas mit Lunge erst gelesen, deswegen dachte ich jetzt, hä, Lunge aufladen? Okay, dann müssen wir da hin Okay, dann müssen wir da hin Verzeihung Ah, ja, ich bin der Bumpe Oh 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 Ok, wir haben jetzt gerade diesen Zielmodus geschwiegen. Also was heißt Zielmodus? Wenn wir gerannt sind, können wir dieses Fokus nicht nehmen. Und ich glaube auch noch mal getroffen wurden. Ich glaube auch noch mal getroffen. Ähm, die Lok war für uns noch nicht da, oder? Natürlich, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ne, ich würde mal sagen, dass die wahrscheinlich erst hier rausgefahren ist, oder? Also die Tür war, glaube ich, auch verschlossen. Ok, ich glaube hier geht gleich das Licht raus, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht genau, doch ich glaube das wird dann irgendwo ziemlich düst, oder? Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Wir könnten aber mal eins machen, und wir könnten. Äh... Zur Minen nehme ich ja, nehme ich ja wirklich sehr selten. Ok. Machen wir mal hier Stolkermine. Ähm, genau, L1. Was? Machen wir hier noch. Und dann noch eine hier. Achso, ich habe ja gar keine weiter. Äh... Ja komm, machen wir hier so ein Landmiede noch hin. Ja. Ja. Ja, ich will meistens lieber einen Stein aus, nicht dass ich jetzt ausgesehen irgendwas schmeiße, was ich nicht schmeißen will, deswegen. Die Wissenschaftler waren unerfindbar. Aber... Ich suchte weiter, in der Hoffnung einen Anhaltspunkt zu finden. Müller! Müller, ihr Wolf, bitte kommen! Müller! Müller, ihr Wolf, bitte kommen! Dieser Bastard schweigert uns alle verraten. Wir haben ihn bei dem Versuch erwischt zu den Amerikanern zu wechseln. Er wird am Opernplatz gefangen gehalten. Er wird beim Tagesamt noch erschossen werden. Müller! Müller, ihr Wolf! Der scharfsteste! Er ist es! Müller! Der ist hier! Müller, ihr Wolf, bitte! Müller, ihr Wolf! Ja, ich hatte jetzt kurz den Besuch geklappt, weil ich das nicht gerade... Ah, komm! Ja, genau das ist, weil ich hab's auch mit mir gelegt. Was ist denn? Ja! Ja! Ah! Der ist jetzt mal ab. Ah! Der hat auf den Tal... Die Karte kommt. Das ist nicht so schlimm. Das Falsches auch früher. Äh, wie früften der Typ mich? Okay, okay, okay. Crack'em out. 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 Ich kann dir die Kaube sehen. Aber da bin ich scheinbar Hä? Alter, bin ich blind? Ich seh den Typ gar nicht Ja, okay, okay, beide Ja, achso, nein, das ist ein Person Teil Ich hoffe, die Lautstärke ist nicht zu laut Aber auf dem nächsten Glück Das ist eigentlich Also wenn ich auf die Pässe gehe auf dem Normaler Oh, okay, ja. Was ist hier die ganze Zeit? Okay. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Oh, okay, ich kann es mir so sagen, es war bei. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich in dem Tunnel sterben kann, wenn man, äh, Zugang drauf. Ich hab ihn aber noch nie ausprobiert. Also, ich bin nur eigentlich schnell raus. Okay, da sind wir wieder hier an der frischen Luft. Ah, das war's, ist noch lange nicht. Also, was heißt noch lange nicht? Wir müssen erst mal... Ja, das war ja kurz... ...verschnaufen. Okay. Okay. Ich denke, da war der Busse zu Ende. Ich denke, da war der Busse zu Ende. Ich kann uns nicht mehr in den Schroung Compliance fangen. Ich kann es nicht mehr in den Schrank rausnehmen. Ich mache jetzt nur noch mein Schrank nach. Finde ich jetzt gerade gar nicht so geil. Okay, man, ja heute sind da. Äh, die wissen genau, wo ich krieg, ob das... Ich hab jetzt bloß nicht verstanden, aber auch nicht genau wussten, wo ich jetzt bin. Ich hab jetzt noch nicht mehr, wo ich jetzt bin. Ich hab jetzt noch nicht mehr, wo ich in der Luft bin. Das sah gerade so ein bisschen aus als der Zopf. Ja, ich weiß, normalerweise sollte man eigentlich die Deckung wechseln, also die Position wechseln. Oh, da war eigentlich ein Kleins, der Schuss. Ich hatte den Busse irgendwie vermutet, aber... Das ist nicht gar genug! Sucht weiter! Das war's! Das war's! Können wir mit eins schließen? Nein, oder? Also der hat jetzt keinen Handdeckel mit dem Schuss. Okay. Na gut, dann lassen wir mal, dass wir so sehen. Ähm, ja. Ich würde die Aufnahmen jetzt erstmal beenden. Wir haben es jetzt 21.33 Uhr und ich würde gerne auch immer komplette Level machen. Ähm, ich denke mal, in einer halben Stunde würde ich wahrscheinlich nochmal ein Level schaffen. Ähm, weiß ich aber jetzt nicht. Äh, ja. Ich will auch erstmal schauen, wie die Qualität ist. Ob das jetzt auch für eine Lautstärke und so alles ist. Ähm, aber vom Gefühl her ist es gut. Ähm, ja. Okay, Freunde, ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Market. Ciao.